Der Name dieses Mannes darf öffentlich nicht genannt werden. Das ist Burmas herrschende Militärregierung, eine der schlimmsten Diktaturen dieser Zeit. Dieser Mann ist gefährlich. Saganah ist Burmas bekanntester Komiker. Seine Waffe gegen das Regime sind sein Witz und sein Humor. Ich kann hier sein, aber ich kann nicht auf die Stage kommen. Sie sehen uns, wir sind hinter dir. Alle Versuche, ihn mundtot zu machen, schlugen fehl. Ohne Gerichtsverhandlung wurde er zu 35 Jahren Haft verurteilt. Niemand weiß, dass es Komedians in Burma gibt. Niemand weiß, dass es in Deutschland gibt. Es ist ein bisschen, dass wir etwas zusammen sharen. Ich will mehr von ihm verstehen. Und ich denke, ich muss nach dem Land gehen. Beeindruckt von Saganahs Kampf für die Meinungsfreiheit, reist Michael Mittermeier nach Burma, um der Welt die Geschichte dieses einzigartigen Menschen zu erzählen. Er ist in der Menschen-Minde. So, das ist das Garten der Präsenz. Der ist hinter dieser Karte. Oh, Soldaten, put the camera down. Put the camera down. Ich hoffe, Sie bleiben. Nein. Sie können dich nicht verraten. Sie können deine Minderung verraten. Saganah. Ich hoffe, wir sehen uns ein paar Mal. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Ich bin Angst. Das ist wirklich gut.